Wir haben heute Sonntag, den 17. Juli. Wir sind hier in Molfsee mit unserer Dampfmaschine. Der Anlass ist Traktorentreffen und Besichtigung der Meiereidampfanlage. Willi zieht die Flansche nach. Willi, kriegst du das hin? Ja? Bei diesem Showtreffen machen wir auch gleich Wegearbeit. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Untertitelung des ZDF, 2020